Willkommen, mein Name ist Lutz Reinhardt von profischnapp.de und ich zeige Ihnen heute einen Megatrend, nämlich den Trend zum Relaxen. Kleinen Moment. Den Trend zum Relaxen. Ich zeige Ihnen drei Dinge und zwar Liegen, Relax-Sessel und Funktionssofas in dieser Reihenfolge. Hier sind wir im Reich der Liegen. Eine Liege ist etwas ganz Tolles. Mit einer hohen Bequemlichkeit kann man sich langlegen und hat dann oftmals auch noch viele Verstellmöglichkeiten. Hier bei einer Schilligliege, manueller Art, Füße hoch, Füße runter und auch den Rücken kann ich hier manuell runterstellen oder manuell hoch. Hier sogar mit Armlehne. Es gibt da also ganz tolle Sachen. Es gibt diese Liegen auch hier bei Schillig als sogenannte Schaukelliege. Ich nehme das gerade mal rüber, dass ich mit meinen Schuhen nichts dreckig mache. Das ist natürlich auch optisch ein Leckerbissen, diese Schaukelliege. Und diese Schaukelliege Wow ist hier in dem Maß 125 cm sogar für zwei Personen geeignet. Und es gibt sogar Liegen, die auch elektrisch funktionieren. Diese Liege hier, die habe ich an der Seite irgendwo irgendwelche Knöpfe und kann dann das verstellen. Also Bequemlichkeit pur, Vorteil, tolle Bequemlichkeit, Nachteil, hoher Platzbedarf. So etwas gibt es auch in Leder, die haben wir auf dieser Seite. Und auch in Schmäler. Hier habe ich eine Liege zum Beispiel mit 80 cm, hier mit 65 cm Platz. In Leder manuell verstellbar. Bei profischnapp.de im Moment 888. In Leder ein super Angebot. Liegen empfehle ich Ihnen, dann wenn Sie Platz haben und ein Höchstmaß an Launching haben wollen. Dann ist Liegen das richtige Thema. Und jetzt sind wir bei den Relax-Sesseln. Relax-Sessel gibt es heute in den unterschiedlichsten Formen und mit den unterschiedlichsten Funktionen. Führend in Deutschland, Hukla und Himmola. Und hier haben wir eine tolle Auswahl. Ich zeige Ihnen hier mit diesem braunen Sessel mal ein manuelles Teil. Mit integrierter Fußstütze. Die Fußstütze reagiert darauf, dass ich mich einfach abdrücke. Hier sogar noch einmal eine Funktion, eine sogenannte Herz-Waage-Funktion. Und der Rücken mit einer kleinen Gasrückfeder. Dann habe ich zumeist hier oben noch ein Scharnier, um den Kopf wieder herzuholen. Hohe Bequemlichkeit, einfache Technik. Manuell kann ich allerdings das Fußseil nicht irgendwo in der Mitte stehen lassen. Das ist der Nachteil. Preis ist sicherlich auch ein Vorteil, weil Technik kostet Geld. Der nächste Sessel, den ich Ihnen zeigen will, Himmola 7805. Und hat Technik ohne Ende. Eine Infrarot-Fernbedienung. Drei Sekunden draufdrücken, dann kann ich sie aktivieren. Dann hat es hier eine integrierte Fußstütze, die rauskommt. Und den Rücken kann man dann getrennt voneinander runterlassen. Das Kopfteil kann ich elektrisch steuern. Und, das kommt hier dazu, und das ist jetzt, sagen wir mal, das Nonplusultra. Ich habe hier noch eine Kipp-Funktion, wiederum zur Herz-Waage-Position. Also das, ich zeige Ihnen natürlich jetzt die besten Sachen, ist ja klar. Vorteil hier, ich kann alles individuell steuern und auch in jeder Position anhalten. Nachteil, hoher Preis. Und die Technik ist natürlich nicht gefeit vor irgendwelchen Fehlern. Also es kann hier auch mal ein Defekt auftreten. Die Stücke gibt es dann auch noch mit Zusatzausstattung, wie Akku, teilweise Massagefunktion, Sitzheizung und, und, und. Vieles davon ist dann zu viel. Jeder muss wissen, was er will. Es gibt auch andere Techniken, wie hier, bei diesem roten Teil. Das ist jetzt ein Himmola-Sessel aus der Serie Serostress. Da sehen Sie hier auf dieser Seite einen Hebel und einen Schlitten. Diesen Schlitten mache ich auf. Dann bewege ich den Sessel auf Körperdruck. Der Hebel, manuell das Fußteil. Alle diese Sesseln sind drehbar. Der ist übrigens super bequem, weil er etwas softer ist, ein gutes Leder hat. Und ich kann auch hier wunderbar mal so relaxen, ohne Fußteil. Elegant und heute gar nicht mehr hässlich sind die Sessel, passend zu vielen Garnituren. Relax-Sessel empfehle ich dann, wenn Sie nicht so viel Platz haben, trotzdem volle Bequemlichkeit wollen und für eine Leseecke oder zu einer Garnitur irgendwas super bequemes dazu haben wollen. Und jetzt zum dritten Thema. Es gibt auch Sofas, die eine Vollfunktion drin haben, eine volle Relax-Funktion. Hier zum Beispiel ein Modell aus dem Programm Planopoli von Himmola. Ein Dreisitzer-Sofa in einem Stoff Q2 hier in Grau, dort als Zweisitzer in Rot mit vielen Funktionen. Hier eine Taste, das Fußteil kommt raus, das ganze Ding verlängert sich. Der Sitz ist tief und wenn ich jetzt den richtigen Knopf finde, kann ich mir das Kopfteil hochholen und habe die gleiche Bequemlichkeit wie in einem Gelächssessel, nur mehr Platz. Und der gleiche Effekt geht hier auch. Also Sie können mit Ihrem Partner oder Ihrer Partnerin hier im Doppel-Duet launchen, lümmeln, relaxen. Und man sieht es dem Sofa kaum an. Es hat also hier eine tolle Funktion, die gibt es in verschiedenen Formen. Natürlich immer etwas blockiger, Sie müssen die Technik ja verstecken. Und zudem haben Sie natürlich einen hohen technischen Aufwand. Um das zu realisieren, geht auch hier in den kleinen Sofa, habe ich hier genauso drin, streckt sich der Beschlag. Passen Sie auf, ob der Beschlag nach vorne schiebt, wie hier, dann brauchen Sie keinen Platz nach hinten oder eben nicht. Das gibt es auch, es gibt verschiedene Formen, Funktionen. Der Markt ist vielfältig, marktführend in diesem Bereich. Wenn man den richtigen Knopf findet, damit funktioniert es auch. Keunur, Himmola, ja, Bukla, das sind die Protagonisten in diesem Bereich. Egal ob Relax-Sessel, Liege oder Funktionssofas, ich empfehle Ihnen Markenqualität. Denn nur dort haben Sie einen Anspruch, einen Ansprechpartner in Deutschland, wo Ihnen hilft, das ganze Ding auch in Jahren noch benutzen zu können, wenn Sie mal ein Problem haben. Also kaufen Sie bei einem Hersteller, der den Sitz in Deutschland hat. Relaxing ist ein Megatrend, deshalb beschäftigen Sie sich damit, wenn Sie was Bequemes haben wollen. Ich empfehle Ihnen ein Produkt von profischnapp.de hier aus unserem Hause. Schauen Sie mal rein bei profischnapp.de oder kommen Sie live vorbei in Empfingen, 72186 Empfingen. 50 Kilometer südlich von Stuttgart sind wir, Freitag, Samstag geöffnet oder nach Terminvereinbarung. Ich freue mich, wenn Sie mich besuchen. Ihr Lutz Reinhardt von profischnapp.de. Dankeschön und Tschüss.